Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es jetzt mal ein Monatsupdate für den März und April 2024 geben. Ich werde jetzt jeweils im April und im Mai immer zur Hälfte des Monats ein Update drehen. Ende Mai werde ich nämlich eine kleine urlaubsbedingte Pause nehmen. Und deswegen sehen wir uns jetzt schon etwas früher immer zu den Updates. Und wir sehen uns zu diesem gleich wieder. Wie gesagt, das Mai-Update wird dann wahrscheinlich so um den 13.05. herum erscheinen. Und das Juni-Update kommt dann regulär Ende Juni, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Ansonsten habe ich für dieses Update März und April, also ist ja sowieso durch die Buchmesse immer ziemlich vermischt, was wann kommt. Bin jetzt 24 Manga im Angebot, also ohnehin eine ganze Menge. Über einiges habe ich schon in separaten Ersteindrücken geredet. Deswegen machen wir es nur noch ganz kurz und ich verweise sonst immer auf die anderen Videos. Das ist sowieso auch gut, denn manche Sachen habe ich vor wirklich sehr, sehr langer Zeit jetzt mittlerweile gelesen. Wir fangen an mit Carlson. Das ist eigentlich über alle Verlage relativ gleichmäßig verteilt. Meistens irgendwie so drei Bände. Carlson habe ich als erstes zwei Sellen habe ich neu angefangen. Die erste ist diese. Hier haben wir nach Endlichkeit. Da hat mir der erste Band ja wirklich auch schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Unsere Protagonistin ist Mika, 15 Jahre. Sie wurde sehr, sehr schwer getroffen durch den Tod ihrer besten Freundin und lernt unsere anderen beiden Protagonisten halt dadurch kennen, dass sie versucht, sich vor einen LKW zu stürzen. Und die anderen beiden retten sie dann. Das sind zum einen ein, sagen wir, sterbender Gott. Ein Gott, der in Vergessenheit geraten ist. Und ein Mann, der nicht sterben kann, egal was er tut. Und damit sind sie sozusagen genau die Antithese zu dem, was Mika möchte. Und da die beiden auf dem Weg in das Reich der Unterwelt sind, beziehungsweise dem Grenzübergang sozusagen zwischen der Welt der Lebenden und der Toten, möchte Mika sie begleiten. Denn da stirbt es sich natürlich eigentlich noch leichter. Und auf dieser Reise geht es aber den anderen beiden dann eher darum, aufzuzeigen, ja, was ist denn, ähm, was ist denn wirklich passiert? Wie schlimm muss sie das halt jetzt wirklich eigentlich, ähm, mitnehmen? Gibt es nicht doch irgendwie einen Weg für sie, sich dieser Trauer zu stellen, was für sie bis jetzt sehr, sehr schwierig war? Und was führt eben dazu, dass diese Trauer so, so groß bei ihr ist? Und, ähm, mir hat der erste Band sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich muss ja sagen, äh, die andere Serie von Yuki Kamatani, Wer bist du zur blauen Stunde, die hat mich nicht ganz so stark überzeugt. Aber hier fand ich den ersten Band schon wirklich sehr, sehr gelungen. Ich fand, das Thema war sehr gut umgesetzt. Weder, ähm, sozusagen zu, äh, langweilig noch zu flach, sondern wirklich sehr, sehr schön akzentuiert. Die Charaktere sind auch sehr, sehr interessant gewählt. Und, ähm, ja, ich fand den sehr gut. Und in drei Bänden abgeschlossen, äh, da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Bände. Dann haben wir als zweite neue Serie eben die Elusive Samurai von Yuki Matsui, dem Autoren von, ähm, Assassination Classroom. Äh, hier ist es jetzt so, unser Hauptprotagonist ist hier, äh, Toki Yuki, ein, ähm, ja, sozusagen der Sohn eines Shoguns. Und dieser wird dann von dem größten Feldherrn dieses Shogunats betrogen, seine ganze Familie ausgelöscht. Und er selbst schafft es nur mithilfe eines, äh, ja, Schreingottes, Schreingottes, äh, zu, zu fliehen. Ähm, und, ja, der macht ihm dann bewusst, was so sein größtes Talent ist, nämlich sein wahnsinniger Überlebensinstinkt. Und man könnte sagen, ja, also seine Fähigkeit eben auszuweichen und die Flucht zu ergreifen. Und gleichzeitig ist er aber auch wirklich ein netter, einnehmender Junge. Und er glaubt eben, dass der wirklich eine große Zukunft vor sich haben kann, wenn es darum geht, eben seinen Titel und seinen Besitz, ja, wiederzubekommen von dieser Person eben, die seinen Clan betrogen hat. Und, ähm, dabei gibt er ihm so Gefährten an die Seite. Und die müssen eben jetzt zusammen, ja, lernen, äh, wie sie eingespielter kämpfen können, was ihre Stärken sind und, ja, wie sie eben zusammen halt diese Hindernisse, äh, überwinden können. Ich fand den ersten Band auch schon ziemlich cool. Der ist wirklich, beschäftigt sich im Anteil wirklich sehr, sehr viel mit Historia. Ich habe ja schon gesagt, eher ungewöhnlicher Shonen-Action-Shonen-Manga. Also ich würde den jetzt nicht in eine normale Kategorie einordnen, wie so typische, sagen wir mal, 0815-Shonen, weil der ist schon sehr viel tiefgreifender. Der geht eben auch von der historischen Anbindung viel tiefer, hat im Verhältnis viel mehr Text, nimmt sich viel mehr Zeit, um Sachen zu erklären, eben auch historische Datenbegriffe. Ähm, damit nicht für jeden was, der vielleicht nur auf Action aus ist, sondern der Titel hat nämlich durchaus auch einiges an Anspruch. Ich mochte unseren Protagonisten schon ziemlich gerne und bin hier gespannt, wie es weitergeht. Für alles andere, äh, gebe ich euch auch hier gerne mein Ersteindrucksvideo an die Hand. Dann gab es auch den zweiten Band von Mord im Dekagon. Da ist jetzt auch noch nicht so viel weiter passiert. Ich finde die Geschichte an sich aber, äh, ganz spannend. Und der Zeichenstil ist wirklich auch cool. Natürlich ist jetzt der zweite Mord auf dieser einsamen Insel passiert. Und man bekommt immer mehr Einblicke, was, äh, es denn eben sein könnte, warum diese Gruppe so verfolgt wird von diesem Mörder. Was mit dem Mädchen, was eben da ermordet wurde, die Tochter desjenigen, der eben diese, äh, Villa auf der Insel hatte, was damit ihr möglicherweise in diesem Studium oder in diesem Club, äh, ja, passiert sein könnte. Oder zumindest, dass es da irgendwas gab, warum sie eben gestorben ist. Und dass diese, äh, ja, Studentenklicke da mutmaßlich eben nicht unschuldig daran ist. Ähm, ich finde den Band sehr spannend. Ist eine schöne Crime-Mystery-Geschichte bisher. Wie gesagt, wenn man schon sehr viele davon gelesen hat, mutmaßlich nicht besonders herausragend. Wobei, wie gesagt, ich auch den Zeichensstil sehr schön finde. Ähm, ich habe aber noch nicht so viele gelesen. Und würde hier einfach für die fünf Bände dranbleiben. Denn mir macht das durchaus eine ganze Menge Spaß. Dann haben wir bei Hayabusa auch nochmal drei Titel im Angebot. Der erste ist der zweite Band von Smoking Behind the Supermarket. Äh, der hat mir eigentlich auch echt wieder gut gefallen. Äh, schöne Slice-of-Life-Geschichten. Immer noch halt, äh, Herr Sasaki steht halt immer noch, ähm, ja, total auf dem Schlauch und hat immer noch nicht mitbekommen, dass, äh, Frau Yamada und Frau Tayama halt die gleiche Person sind. Und sie zieht ihn halt immer so ein bisschen auf, wenn er sich über seine Arbeit beschwert. Auf der anderen Seite gibt er ihr aber auch immer so ein bisschen Lebensweisheiten mit. Und dass sie sich auch sozusagen für ihre Gefühle und Einstellungen halt irgendwie nicht schämen muss. Und man erfährt auch immer noch mehr zu der Beziehung, ja, von den restlichen Charakteren, der Marktleiterin oder eine ehemalige Ex-Freundin eben von ihm. Und ich finde das in diese Welt schon wirklich sehr, sehr schön eingebettet. Ist ein ruhiger Manga, wirklich ohne viel Drama, den man aber, den ich trotzdem sehr interessant finde. Also obwohl das halt wirklich so ein Slice-of-Life-Kurzgeschichten-Manga ist. Also ich finde den überhaupt nicht, äh, langweilig oder langwierig. Sondern ich finde es echt schön eigentlich, den beiden dabei zuzuschauen. Und bin sehr gespannt, worauf das hinausläuft. Also ob die beiden dann am Ende halt wirklich so eine Art Paar werden. Weil der Altersunterschied ist ja schon recht groß. Das stört mich jetzt persönlich nicht so. Aber vielleicht ist das eben gar nicht der Sinn der Sache. Da bin ich mal gespannt, wie die, äh, wie das so gehandhabt wird. Und dann vielleicht geht es wirklich nur darum, dass die beiden halt so ihre Lebensweisheiten austauschen. Und, ähm, dann trotzdem ihres Weges gehen. Ich hoffe allerdings, der Titel wird nicht zu lang. Denn, ähm, ich finde, das unterhält wirklich gut für ein paar Bände. Aber ich hoffe, es sind im Ende nicht zu viele. Also zumindest, wenn es keinen Romance-Progress gibt. Aber ja, der zweite Band hat mir auf jeden Fall noch sehr gut gefallen. Dann ein Titel, der sich auch wirklich in eine andere Richtung entwickelt hat, als ich dachte. Ähm, hat mich in dem Fall aber nicht so gestört. Weil das ist nicht einer meiner Lieblingstwists. Das habe ich ja schon mal bei anderen Mangern gesagt. Aber hier, finde ich, passt gar nicht so schlecht. Ich bin aber gespannt, was das so für Logik, äh, Folgen bringt. Lullaby of the Dawn, der dritte Band. Ähm, da ging es ja jetzt darum, dass, ähm, Altersunterschied ist auf jeden Fall halt ja wieder zu Elva, äh, zurückgekehrt. Und die beiden, ähm, da stellen sich halt so langsam ihren Gefühlen. Und Elva hat halt immer große Probleme damit, ja, seiner Verantwortung, ähm, sozusagen, hinten anstehen zu lassen. Oder seine Verantwortung gegenüber seinen Gefühlen abzuwägen. Weil ihm natürlich immer eingebläut wurde, dass er sich nicht verlieben darf. Und dass er nur dafür da ist, eben so diesen Zweck als Hüter da zu erfüllen. Und, ähm, ja, das macht es ihm natürlich schwierig. Und dann, äh, Spoiler an dieser Stelle, lernen die beiden eben die Wahrheit noch zusätzlich kennen. Dass einige von den Menschen, mit denen sie schon seit einiger Zeit da eben in Kontakt stehen, Leute aus der Außenwelt sind. Also, dass es, äh, in dieser Welt halt durchaus eine moderne Welt gibt, mit der man halt durch normale Telekommunikationsmittel miteinander kommuniziert, halt Handys, Laptops. Was für die natürlich total ungewöhnlich ist. Weil die ja noch in dieser antiquierten, so ein bisschen alten Welt, äh, ja, so mit, mit Guts, Gutsherren, sagen wir mal, so 18. Jahrhundert gefühlt irgendwie leben. Und das ist für die halt ein großer Schock, dass es nur auf ihrer Insel halt dieser Zustand herrscht. Und alles andere ist halt eine moderne Welt, in der es auch diese ganzen, ja, diese ganzen Geschöpfe gar nicht gibt, gegen die halt Elway die ganze Zeit auch kämpfen muss. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, bei dem Manga fand ich den Twist eigentlich ganz gut. Der ist auch, glaube ich, jetzt mittlerweile auf Abschluss gelistet. Ähm, zumindest soll der im abschließenden Arc sein. Ich glaube, der wird so mit sechs bis acht Bänden abgeschlossen sein. Was ich eigentlich für eine schöne Länge halte. Titel halt für einen Boy-Surf in dem Sinne halt mal was anderes. Fantasy jetzt noch so ein bisschen Sci-Fi fast angehauchte, äh, Komponenten mit dazu. Und, ähm, ja, also auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Handlung, bisschen mehr Mystery, bisschen mehr Abwechslung. Und ich finde den eigentlich wirklich sehr, sehr solide. Dann auch sehr gut gefallen hat mir Band Nummer vier von Isekai Officeworker. Äh, da finde ich es auch, ja, ich finde die Beziehung halt wirklich cool zwischen Seichiro und Aleš. Weil Aleš natürlich jetzt auch so in Außenwirkung schon fast als, als Freund oder, ähm, ja, von, von Seichiro auftritt. Er dann auch Seichiro dazu zwingt, äh, bei ihm zu wohnen. Und dann sich natürlich alle anderen schon irgendwie denken können, was für eine Beziehung die eigentlich haben. Während Seichiro halt wirklich versucht, diese, das einfach zu negieren, dass es da nicht, dass da nichts ist. Was aber ja natürlich nicht stimmt, denn, ähm, ja, also er hat es sich auf jeden Fall der Gefühle gewahr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er trotzdem auch Gefühle eben für Aleš empfindet. Das für ihn halt aber auch ein bisschen merkwürdig ist. Dann hat er sich ja vorgenommen, diese, diese heilige Maid-Beschwörung zu reformieren. Eben, dass keinige Frauen aus anderen Welten da mehr, ähm, hingezogen werden und dann ihre Familien aufgeben müssen. Sondern, dass sie halt ihr Miasma-Problem auch nur mit internen Mitteln, äh, regeln können. Der so die ersten, ähm, die ersten wissenschaftlichen Berechnungen gemacht und in Auftrag gegeben. Aber das gefällt natürlich auch nicht jedem. Und deswegen ist er, ist er auch immer so ein Kandidat, der durchaus immer ein bisschen in Gefahr ist in dieser Welt. Äh, ich fand den Band wieder sehr cool. Mir hat der, äh, sehr gut gefallen. Der war wieder sehr kurzweilig. Und ich mag einfach die Dynamik sehr gerne zwischen den beiden Protagonisten. Und bin sehr gespannt eben, wie es hier weitergeht. Und was vielleicht auch da noch das Ziel oder der Sinn so ein bisschen in der Geschichte ist. Aber auf jeden Fall ist der sehr kurzweilig. Und dann sind wir bei meinem ersten Manga von C-Lines angekommen. Und das ist Omniscent Redus Viewpoint eben der erste Band. Da bin ich mal gespannt. Da ging es ja bei vielen jetzt ein bisschen, äh, umher. Die waren jetzt mit der Bindung, dem Druck, beziehungsweise der generellen Aufmachung von C-Lines jetzt nicht so zufrieden, was ich mitbekommen habe. Wobei ich sagen muss, also mein Band ist wirklich in gutem Zustand. Also ich habe diese Probleme mit diesen ganzen, äh, Knicken oder irgendwelchen, ja, Kratzern auf den Bänden habe ich jetzt. Oder im Innenteil habe ich jetzt nicht. Also bei mir sieht es eigentlich alles in dem Sinne ganz gut aus. Ich habe ja gesagt, äh, die Bindungsart ist ein bisschen eine andere. Die soll wohl jetzt auch geändert werden und mehr auf den, sagen wir mal, Standard, ähm, angepasst. Ich finde beides okay. Also, äh, mein Band, wie gesagt, sieht da auch okay aus. Und deswegen, ähm, äh, bin ich soweit eigentlich zufrieden. Es gab immer noch, habe ich ja auch schon mal in dem ersten Druck gesagt, immer noch so ein paar Panel, wo ich mich gefragt habe. Ähm, da fand ich den Druck nicht ganz so klar. Also, äh, da habe ich mich gefragt, ob das an der Vorlage liegt oder ob das eben doch ein bisschen auch ein Druckproblem von C-Lines, beziehungsweise Carlson hier war. Ja, aber es sind wenige Stellen und an sich sieht der Band eigentlich echt gut aus. Und die Qualität finde ich, also habe ich in der Aufmachung jetzt erstmal nicht negativ wahrgenommen. Ähm, an sich eben, hier geht es um unseren Protagonisten Doktor. Der ist eigentlich ein ganz normaler Büroangestellter und hat über tausend Kapitel seiner absoluten Lieblings-Novel gelesen, die niemand sonst gelesen hat. Also, die ersten Kapitel hatten irgendwie noch so 50 Leser, die letzten irgendwie tausend hat er dann nur noch alleine gelesen, ähm, wegen der Apokalypse zu überleben. Und diese Apokalypse tritt dann eben tatsächlich ein. Und damit ist er der Einzige, der weiß, was dieser Welt noch bevorsteht und versucht eben, sich so gut wie möglich zu positionieren, um das Ende der Welt zu überleben. Und, ähm, ja, vielleicht auch diesem, dieser, diesem Szenario so ein bisschen Schnippchen zu schlagen. Ich bin sehr gespannt. Mir hat der erste Band schon wirklich gut gefallen. Ich glaube aber, es war wirklich mehr ein Einstiegsband. Also, hier würde ich gerne noch ein paar Bände abwarten und sehen, wie sich eben die Geschichte entwickelt, äh, was die Charakterentwicklung von, äh, Doktor letztendlich ist, ähm, was so seine Fähigkeiten insgesamt noch beinhaltet. Und da hoffe ich eben noch auf viele interessante, sehr viele, wissen wir, es hat ja wirklich sehr, sehr viele Kapitel, ähm, auch Manhua-Kapitel, ähm, sehr viele interessante Wendungen. Aber ich weiß ja, wie gehypt der Titel ist und, ähm, sind ja wirklich nicht alle Webtoons so, so hoch bewertet. Das heißt, dieser Titel hat auf jeden Fall irgendwas Besonderes und, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, das im Laufe der Geschichte dann zu ergründen. Dann sind wir bei einem anderen Verlag, da habe ich nur ein Band, und zwar Eggmont Therapy Game Re-Band Nummer 3. Ich glaube, am Anfang kann ich schon reinblättern, das ist noch in Ordnung. Da gibt es natürlich erst mal wieder ein bisschen Liebesdrama, ähm, bei Minato und Shizuma, weil es ist ja so, dass Shizuma so viel Zeit mit seiner Chefin, jetzt in Anführungszeichen, äh, verbringt. Man hat ja schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt, ähm, weil er halt viel Überstunden macht und irgendwie der Einzige ist, der mit ihr so wirklich klarkommt. Und, äh, das fällt natürlich auch Minato auf und dadurch, dass, äh, er die beiden immer mal zusammen sieht und halt auch so im Auto ist er halt super eifersüchtig. Und möglicherweise hat er da sogar vielleicht ein bisschen Grund dazu. Also nicht von Shizumas Seite, sondern eher von dem, der Chefin, ähm, die hat, wie gesagt, dann tatsächlich ein Geheimnis. Das kommt am Ende auch raus. Also Shizuma weiß das noch nicht, aber das wird sich am Laufe der Bände noch hochschaukeln. Und ansonsten sind sich die beiden aber eigentlich sehr einig und wollen halt jetzt dann definitiv eben auch zusammenziehen und den nächsten Schritt wagen. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich mag alle vier Charaktere von diesen zwei Brüderpärchen sehr, sehr gerne. Ähm, ich mag den Titel auch insgesamt, so wie der erzählt ist, was den Fluss der Geschichte angeht, ähm, wie die Charaktere eben geschrieben sind. Und dass die auch in der Lage sind, selbst zu reflektieren, aber auch, ja, finde ich, aber auch nachvollziehbar handeln, auch, äh, emotional. Äh, gibt natürlich immer ein bisschen Drama, aber wäre ja kein Boystar, wenn es das nicht geben würde. Und, ähm, ja, mir hat der Band sehr gut gefallen. Ich freue mich, wenn da immer mal ein neuer Band kommt. Wobei Eggman da wirklich ein bisschen langsam ist, den zu releasen, aber was soll man machen? Dann sind wir bei Tokio Pop. Da habe ich auch wieder eine neue Serie im Angebot. Und zwar habe ich ja schon vorgestellt, auch, nenn es nicht Mystery von Yumi Tamora, ähm, auch eine ziemlich gewünschte Serie. Wobei man sagen muss, dass es auf jeden Fall mehr im Indie-Nischenbereich so ein bisschen anzusiedeln ist, ähm, weil es da sehr, sehr viel um psychologische Auseinandersetzungen geht. Äh, geht. Und ich glaube, dass das so für den typischen, eher spannungs, äh, interessierten Manga-Leser oder Action-fokussierten Leser jetzt nicht der richtige Titel wäre. Es geht um unseren Hauptprotagonisten Totoro Kuno. Der ist schon ein sehr verschrobener, sehr, sehr einzelgängerischer junger Mann, der eigentlich irgendwie nie jemanden gefunden hat, hat man das Gefühl, der wirklich mit ihm so auf einer Wellenlänge eben geschwommen ist und deswegen halt sehr, sehr viel alleine war. Und der wird halt verdächtigt, einen Mord an einem Klassenkameraden an der Uni, äh, Kommilitonen begangen zu haben. Und kann dann durch, ja, sehr, sehr geschickte Deduktion eben den Verdacht von sich weisen und den tatsächlichen Mörder überführen. Während, äh, er gleichzeitig auch die ganzen Dynamiken der Personen eben in diesem Polizeirevier aufdeckt. Zwei von den jüngeren Kollegen sind ihm danach eigentlich ziemlich positiv gegenüber eingestellt. Die älteren Kollegen meistens eher negativ. Auch wenn sie wissen, dass sie recht hat. Und, ähm, die zweite Geschichte bezieht sich eben darauf, dass dann ein Bus entführt wird, in dem Totoro sitzt. Und diese Geschichte ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Da geht es erst weiter. Und da fängt man eigentlich erst jetzt wirklich an, ähm, zu sehen, auf was es da vielleicht hinausläuft. Und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wohin sich der Titel eigentlich entwickelt, was mir der Titel eigentlich so wirklich erzählen will. Ich fand das sehr, sehr interessant. Ähm, ich hab das auch durchaus mit sehr viel Interesse gelesen. Man musste den Band, fand ich, aber relativ häufig pausieren. Also dadurch, dass der wirklich zu 90 Prozent aus Text besteht und wie ihr vielleicht gesehen habt, jetzt der Artstyle auch nicht besonders herausragend ist und auch die Geschichte nicht besonders irgendwie voranbringt, ist das ein Titel, an dem man sehr, sehr, sehr lange liest. Äh, den man sehr, sehr konzentriert lesen muss, weil man sonst nicht wirklich versteht, ähm, worauf Totoro hinaus will, was die Gedankengänge so sind. Die ich aber sehr interessant finde, also da gibt es schon so viele, äh, Anknüpfungspunkte für, ja, ganz viele Theorien, ähm, in dem Sinne, äh, was das menschliche Zusammenleben angeht. Ist auf jeden Fall ein Titel, der intellektuell sehr anspruchsvoll ist. Also wenn man sowas nicht mag, dann ist man hier, äh, finde ich, nicht gut aufgehoben. Äh, ich werde auf jeden Fall in die nächsten Bände noch reinschauen, um zu sehen oder hoffentlich mitzubekommen, was genau mir der Titel eigentlich erzählen möchte. Ich bin auch eigentlich ziemlich gespannt, was die Beziehung von Totoro und seinem Vater angeht, weil ich glaube, da liegt noch einiges im Argen, ähm, auch irgendwie brutaler eventuell. Ich bin, äh, ich, äh, bin da auf jeden Fall, wie gesagt, interessiert und werde auf jeden Fall mal schauen, äh, was der Titel in den nächsten Bänden so bringt. Dann ein bisschen einfacher strukturiert, der sechste Band von Windbreaker. Da ging es ja jetzt darum, dass, äh, ja, Sakura und die sozusagen alle aus dem ersten Jahr jetzt gegen Kehl hier angetreten sind, um einen ihrer, der ihre Freunde beziehungsweise einen Freund von einem ihrer Klassenkameraden eben da zurückzuholen, der dort sehr, ja, misshandelt und drangsaliert worden ist. Und da geht es natürlich wieder darum, auch, ähm, Sakura zu erinnern. Was willst du, äh, Rache oder möchtest du dich so für deine Freunde einsetzen? Wie, ähm, als Anführer, äh, wie trittst du als Anführer auf? Ähm, was ist so deine oberste Priorität? Ähm, das war eigentlich auch wieder wirklich sehr nett gemacht. Also, es war ein guter Band wirklich, der war sehr schmissig, klar, viele Kämpfe, aber ich fand das schon auch, äh, eigentlich der, äh, hat aber auch einiges an Text, beziehungsweise versucht das eben auch, ähm, mit wirklich, ähm, ja, positiven Motiven sozusagen zu unterfüttern. Also, das ist, das finde ich schon ein bisschen, vielleicht schwarz-weiß, dieses so ein bisschen gut gegen böse. Also, ähm, wir sind die Guten mit den, mit den edlen Motiven, das ist schon so ein bisschen, ähm, aber, ja, ich finde das trotzdem eigentlich echt, äh, wirklich gut gemacht hier in dem Band. Und dann, was ich auch ganz cool finde, war am Ende ist noch eine Charakterentwicklung angedeutet, beziehungsweise potenziell, äh, Spannungen bei, bei einem Charakter. Und zwar bei Suo, was ich eigentlich echt cool fand, weil bis jetzt war ja auch so ein immer lächelnder Charakter, ähm, die ja alle, die haben ja alle noch nicht so viel Tiefe, aber es kommt jetzt so langsam, dass da irgendwie auch so mehrere Seiten angedeutet werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was diese Beziehung eben Suo und Sakura angeht. Das, finde ich, sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Und, ähm, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Titel weiter. Ich habe mal ein bisschen Licht angemacht für den Fall, dass es noch dunkler wird. Und zwar sind wir jetzt bei Crunchyroll, da sammle ich ja aktuell zwei Titel. Einen habe ich davon gerade auch abgeschlossen. Und zwar ist das Beast Complex, der dritte Band, also nochmal weiteren Kurzgeschichten, eben um die Beziehung von Pflanzen und Fleischfressern in dieser Welt. Die haben mir auch alle wieder sehr gut gefallen, wobei ich glaube, dass die von den Bänden her so ein bisschen absteigend war. Also der erste Band hat mir, glaube ich, am besten gefallen und der jetzt vielleicht im Verhältnis am wenigsten. Aber ich mochte die Geschichten alle trotzdem sehr, sehr gerne und wie die eben dieses Universum so ergänzt haben. Also wenn man Beastars Fan ist, finde ich, kann man sich die drei Bände wirklich noch sehr, sehr gut geben. Die haben mir sehr viel, also die haben mich sehr, sehr gut unterhalten und mir eben noch einiges über diese Welt so erzählt. Fand ich gut. Und dann auf der anderen Seite ebenfalls bei Band 3, ich glaube, das ist meine mit Abstand liebste Crunchyroll Serie Madalist. Da hat mir der Band auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Da ging es eben ja darum, dass Inori jetzt ihren ersten so richtig großen Auftritt hatte. Und da jetzt mit der schon fast nationalen Konkurrenz eben auf dem etwas niedrigeren Level aber trotzdem schon gelaufen ist und schon mal zeigen konnte, was sie eben möchte und was sie eben kann. Und was für Fortschritte sie eben in dieser kurzen Zeit schon gemacht hat. Und ich fand es super interessant, dass am Ende tatsächlich ein Zeitsprung kommt. Ich glaube, auch gar kein so kleiner. Sollte ungefähr ein Jahr vielleicht gewesen sein, wo dann eben Zukasa und Inori halt festgestellt haben, dass sie halt in Inoris Tempo weitermachen müssen. Sie können halt, weil sie halt ja jetzt erst angefangen hat, damit nicht sofort zur Spitze aufschließen, sondern Inori braucht halt auch ja noch so ein bisschen mehr Foundation und Stabilität. Und ja, dann überspringen wir halt dieses Jahr und dann sehen wir, was aus Inori danach geworden ist. Und auch zum Beispiel, ja, was Hikaru eben in der Zeitung geschafft hat. Und fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ich habe tatsächlich erwartet, dass es in dem Tempo weitergeht, aber es ist natürlich so viel realistischer. Deswegen gefällt mir das sehr, sehr gut mit dem Zeitung. Ich finde den Band wirklich toll. Die Serie ist, finde ich, super, super klasse. Ich kann die nur empfehlen. Wird eigentlich wirklich genau die richtige Mischung aus irgendwie, ja, Sportbegeisterung, Spannung, Persönlichkeitsentwicklung, auch eben das Zusammentreffen von sehr, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, auch eben, ja, Reflexion und Selbstentwicklung. Und ich finde den wirklich super. Also der ist richtig, richtig toll. Und ja, eigentlich immer noch so ein bisschen meine Neuentdeckung des Jahres, weil der erst im November letzten Jahres gestartet ist. Und ich mag den super, super gerne.